Ja, meine Damen und Herren, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Ich wusste, dass mich ein buntes Programm erwartet. Mich freut es auch, dass ich gerade in der Kategorie Musik die Preise übergeben darf. Weil in meiner Freizeit bin ich nämlich als DJ unterwegs. Und dementsprechend habe ich viel Freude für Musik und andere Musik. Und die Beispiele haben ja gezeigt, egal wie rum Integration funktioniert, über die Sprache. Die Sprache ist immer der Schlüssel. Letzten Endes sind das alles positive Beispiele. Und an denen sollte man sich orientieren. Und das ist heute der beste Beweis dafür. Herzlichen Dank.